Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge 31 mit dem FBI-Gamer hier bei Hexit. Und wir spielen jetzt erstmal Shierp ab, unsere Lieblingsschallplatte in Minecraft. Und dann... Schon seit der Xbox 360 übrigens? Genau, seit 2012 schon. Seit dem 16. Februar 2012. Oh nein, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Beziehungsweise seit dem 17. Ich habe die seit dem 16. Xbox, habe ich das erstmal in Minecraft gespielt. 16. Februar 2012. Das war ein Samstag. Und am Sonntag, 17. Februar 2012, warst du dann bei mir und hast mitgespielt. Ja, ja. Schon vier Jahre her. Okay, nicht melancholisch werden. Okay, kommst du mal runter und hilfst mir hier unten zu graben? Ich mache gerade was ganz geheimes. Dabei darf ich nicht gestört werden. Echt? Ja, das ist ganz geheim, wirklich. Was machst du denn? Davon darfst du gar nicht zu wissen. Weil ich verschwinde dafür Sachen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Nein, ich verschwinde sie nicht. Ich weiß, was du machst. Ich weiß, was du machst. Außer, Garantik raffstest du gerade ein Seafelm. Mist. Echt? Echt? Ja, aber ich brauche rote Wolle dafür. Hm, aber auch rote Wolle dafür, dass es doof ist. Wir können Wolle auch seine Kraften und so gut färben. Oh, meine, 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 meine. Ich habe zwei andere Seafel, ja. Sag mal später, weil sie gar nicht in die Binia. Ja, mache ich dann eins, zwei, drei, vier, fünf Wolle, wo ich nur. Das reicht aber, was ich hier habe, tatsächlich sogar für acht Wolle. Ey, jetzt brauche ich irgendwas Rotes. Wo kann man denn färben? Äh, rote Blumen. Müssten wir vorauswärten genug haben. Ich gehe jetzt nicht raus. Ich gucke, ob ich hier irgendwas habe. Also bitte. Wett-Sohn, oder? Ne, mit Wett-Sohn kann man nicht färben. Schade. Ich habe noch einen, glaube ich, so. All right, chestplate, sehe ich gerade. Echt? Krass. Weil ich gucke jetzt eben hier. So, Leute, wir fangen an an, das Lagersystem zu bauen. Hä? Aber warte mal, warte mal, warte mal, Leute. Brauchst du mal irgendwas, was Licht macht? Ähm. Können. Ah, hier ins Deck war kein Perfekt. Ich kann sogar bis zu acht Wolle mit einem einzigen Farbstück färben. Das wusste ich gar nicht. Äh, ja, das geht. Echt? Mir schon immer. Auf der Xbox ging das aber noch nicht. Man braucht acht Farbstücke im Kreis und in die Mitte die Wolle, ne? Ich weiß. Wusstest doch. Ich will die Böse hier nicht voll machen, weil es ist warm. Schallplatte ist am Ende. Ja. Ja, das cutten wir raus. War ja auch ein unerwünschter Besuch. Ähm. Und dann mussten wir mal helfen. Beider so, wie meine Geschwister hat, ne? Ich bin mal auf der Suche nach roben Farbstoff, also. Oh, Junge. Hassel. Mal locker. Ach, ich wollte was ganz anders gucken. Ähm. Ne. Oh, das muss auch noch anders gehen. Hm, das ist doof. Jetzt wird auch noch Nacht auch Hundi ist wie süß. Können wir zehnmal, aber nicht? Ne, Hexe brauchen wir, glaube ich, eher weniger Hunde. Nö, kann man sich glauben hier sparen. Auf meiner Vanillewelt habe ich ja keine Hunde, das ärgert mich, aber ehrlich gesagt. Haja, dafür könnte man eigentlich mal das richtig schöne Hunde, 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 Hundehütten bauen. Eine Hundehütte. Eine Hundehütte. Eine Hundehütte. Eine Hundehütte. Eine Hundehütte. Hm, die sind immer ganz schön, die finden nun immer ganz gut. Oh, hör mal. Oh, das ist genau von mir eingeschlagen. Alles klar. Oh, das ist mal das Ding geschnappt. Und übrigens, wo wir sogar von Hunden sprechen, das erinnert mich irgendwie an Hundi. Also Hundi gestorben am 24.05. Ja. Und man weiß, ich habe das Jahr vergessen. Eigentlich vergisst man immer das Datum, aber das Jahr doch nicht. Ich weiß, ob ich gesagt auch nicht, in welchem Jahr, ich glaube. Alter, hier ist ein Waldbrand. War 12 oder war es 13? Meteoriten-Alarm. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Für die, die es nicht wissen, und sie werden alle nicht wissen, vermute ich mal. Außer die, die das eine Video von mir gesehen haben, weil da warst du ja auch bei der Hunde. Äh, nicht bei der Hütte, bei dem Grab, meine ich. Äh, ich habe mir ja meine alten Xbox-Welten mal gezeigt. Und da war unter anderem meine allerersten Minecraft-Welt dabei. Wo Atomschinken ja auch mit mir gespielt hat. Und, ähm, sein Hund, Hundi, ist irgendwann mal gestorben. Oh, ich bin gerade da, wo wir angefangen haben. Alles klar. So. Nicht wissen. Habe ich mich hochgebracht, außer so ein Knapp in dir? Ja, da waren ganz am Anfang schon Eisenblöcke, meine ich. So, ich gehe dann erstmal kraften, ne? Ähm, Redstone. Ja, und deswegen begebe ich mich auf der Suche nach rotem Farbstoff. Auch in einen Pistel, mit Glas, mit Holz. Und nix. Haben wir Glas. Wieso nehmen wir eigentlich nie die Spiegel? Ist so wahr, habe ich mich gerade auch schon einmal richtig Face-Pump gegeben in der letzten Folge, warum die Spiegel nicht benutzt haben. Ähm, ihr bräuchte Samen. Oh, Hex-Fet-Pflanze. Hä, Hex-Biskus. Hex-Biskus. Ja, sammeln mal ein. Ja, ich werde sie überhaupt noch stehen, also bitte. Ich bin doof, ja, aber so doof bin ich. Wieso brauche ich ein Tool jetzt für das Skelett, Alter? Sehr blöd. Gibt es auch noch Kohle? Nein, natürlich nicht. Ach, komm, verzieh ich mal. Hm, ich brauche doch roten Farbstoff, roten Farbstoff. Als ob es nirgendwo rote Blumen gibt. Rote Farbstoff. Denn ich meine, ich glaube, gibt sie überall, also bevor es Tulpen gab und sowas, gab es sie zumindest überall. Aber jetzt, nirgends, weil. In der Version gibt es doch die ganzen anderen Blumen noch gar nicht. Ich meine, im 1.8 und so, da gibt es jetzt Tulpen und seitdem es die Tulpen gibt, sind die anderen auch relativ selten. Also es gibt ja auch noch so einen Blumen. Eine Menge Blumen, die keiner braucht. Zumindest brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ach, was mache ich denn, Nicole, das Zeug schon wieder da raus, obwohl ich es drin lassen könnte? So, vielleicht ganz praktisch als Deko, aber ansonsten, ich dachte gerade, da wäre so eine Blume aus, weil nur die Augen von der Spinne. Alles klar. Ach, du, das Aluminium, gar kein Eisen. Fake Eisen. So, große Frage. Oh, es war richtig rum. Welch Wunder. So Crafting-Rezepte merken konnte ich noch nie. Also diese Art von Crafting-Rezepten. Aber die Standard-Rezepte kann ich mir merken, aber halt nicht die aus Hexet jetzt. Ja, also die ganzen, dann kann ich mir echt nur schlecht merken. Aber ich brauche dafür gar keinen Redstone, scheiße. Okay, wir brauchen zwei Woodgears. Was haben wir hier? Ich weiß, ich weiß es nicht. Nur wo ich... Ansonsten, ganz ehrlich, komm zurück und hilf mir lieber beim Lagersystem. Ich habe davon eh keine Ahnung, also... Aber die muss mir helfen, die Räume auszugraben. Das will ich ja nur. Mehr nicht. Mehr wird von dir ja gar nicht verlangt. So, Leute. Wie ihr seht, ich arbeite hier schon gerade dran. Hart am Drannsein dran. Das ist hier so. Ist auch so eine Logik, ne? Also, ja, weil ich auf jeden Fall... Na, sage ich mal, dann lass. Brauch zwei Kisten. Okay, eine tut es auch erstmal aber egal. Okay, doch, ich sag's doch jetzt auf jeden Fall. Äh, Treibwörn. Ne, 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 ne. Und ich komme nicht mehr raus. Nicht so wichtig, ich habe doch hier meine Dingens... Hey, hey, besorgen Ding hier nach hinten ab. Hilfe, hinten ab. Hilfe. 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 Als ob... Kannst du da nicht rausfliegen oder abbauen oder so? Ich kann nicht abbauen. Wo müssen du? Nicht ersticken. Pussy. Junge, ich hatte ein Herz, Alter. Wo müssen du? Ja, irgendwo. Als ob, Junge... Ist nicht dein scheiß Ernst. Jetzt. Das ist doch, weil ich ein... Äh, Dingenswerst nochmal tief... Tief nehmen wollte. Weil du mir nicht auf der Suche nach den roten Blumen geholfen hast. Weil du mir nicht beim Lagersystem geholfen hast. Sonst wärst du nämlich jetzt gar nicht da reingeraten. Ich bin schon losgegangen, bevor du angefangen hast, ja? Also bitte. Ich hatte schon angefangen. Wo bist du hingegangen? Ansonsten, weißt du was, beende kurz eine Aufnahme und guck, ob... Oben rechts stehen ja die Koordinaten. Kann ich dich rausholen. Ja, nur dass wir nicht joinen, bin ich direkt tot, ja? Du musst ja nicht joinen. Du kannst ja einfach Aufnahme beenden und oben rechts in deiner Aufnahme dann gucken, bei welchen Koordinaten du warst. Dann hole ich dich da raus. Oh, wir sind bei elf Minuten. Ich würde sagen, dann werden wir die Aufnahme jetzt. Ja, stimmt. Die letzte Folge hatte Überlänge. Da macht man heute eine kürzere. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir lösen das Problem jetzt eben. In der nächsten Folge sehen wir dann wieder. Für euch da und, ähm, ja. Ja. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.